es während des teils ausguck um noch mal gespeichert so und dann noch hoch als erfahrungsgemäß kann jetzt ungefähr noch eine viertelstunde was machen boah im ernst ist das ganze wieder den abgang macht das war es das letzte mal so ich glaube man 37 minuten oder so und dann war es weg alter ich falle die ganze zeit runter warum das ist ein bisschen nervig so das war genau der punkt an dem ich das letzte mal anscheinend gescheitert bin das war genau der punkt an dem ich das letzte mal anscheinend gescheitert bin so so dann erst mal wieder rüber also ich bin natürlich so weit wie möglich kommen wieder und davon so viel wie möglich abspeichern also noch mal wenn ich bin jetzt auch mit anderer sichtweite ich weiß jetzt nicht inwiefern das überhaupt hilft stand hat nur in diesem forum ja renne distanz blabla nach gut scheiße mal auf kleiner vielleicht hilft was ein weniger ist nicht funktionieren kann sie ja nicht also entweder läuft oder läuft nicht wenn es nicht läuft habe ich ein problem weil ich keine blasse ahnung habe ich den mist beheben soll also wirklich keine keine ahnung ich würde mir stein stufen machen ich bin in meiner schau ich glaube aber dass ich äh 36 kohle mir dadurch ertätet habe das spiel abgeschmiert ist beim ofens ist die kohle wieder drin hätte ich doch nur das eisen aus dem ofen genommen hätten wir ein stack eisen jetzt mehr vorausgesetzt ich hätte es im mental gelassen das geht es hier wieder weit runter also so 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 Standpunkt des letzten Absturzes auch gewesen sein. Vielleicht sind wir jetzt sogar ein bisschen weiter. Noch einmal speichern. Wir stünden dabei näher, erzähl' ich ob das Spiel noch mal abschmiert. So. So eine Fackel. Jetzt kommt sie auch erst mal wieder da so hin. So, dann sieht man schon mal, dass der Gang prinzipiell hier zumindest fertig ist. Ähm, jo. Aber es geht jetzt hier dann so rum. Dann nächster Schritt hier oben, wieder die Brüstung. Also das hier herrichten. Okay, jetzt sind wir auch schon wieder am Zeitpunkt, wo die ersten Bäume wachsen. Das fällt wirklich langsam ernst. Ai, 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 ai. Ich würde auch zwischenzeitlich interessieren, ähm, ob die Weltspeicherplatzgröße sich ändert. Wenn nicht, dass dieses Problem, äh, an den Minus 42... ...kommah 8 Megabyte liegt. Wäre dann nämlich schon schön blöd, äh, weil... ...ich über das weben soll, weiß ich... ... nun wirklich überhaupt nicht. Ich bin ja nicht im Ansatz, äh, habe ich davon Ahnung. Wenn man sowas fixen soll. Weil das ist ja wirklich ein... ... sehr blöder Bug. Und woher hätte ich denn wissen sollen, dass hier Festplatte voll ist. Die war... äh, nicht im Ansatz voll. Ich meine, primär hat es ja nur... ... Chunks... ... und wie gesagt hat... Wenn davon die Welt kaputt gehen würde, wäre das schon... ... sehr lächerlich. Also wirklich... So, erstmal die Axt sparsamer benutzen. Schön, dass das hier noch geht. Gut. So. Saving Level mal wieder durchgelaufen. Ich bin dann ehrlich gesagt auch allgemein gespannt, ob das überhaupt was bringt. Das Level zwischenspeichern. Ich weiß es ja nicht. Aber dann in der Zeit, wo das hier dasteht, auch wirklich... ... das Level speichert. Beziehungsweise die Chunks. Wäre jedenfalls schön, wenn er das täte. ... 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 funktionieren würde so das einzige was noch etwas sehr unnötig ist die schaustadt ist dieser eckturm sage ich jetzt mal so aus dem bauch raus weil er halt wirklich nur nicht gerade ästhetisch ist aber das kann ja noch werden ich kann auch mal kurz ins hauptmenü gehen sie ist immer noch gleich groß verdammt das macht mir halt irgendwie dann doch angst das läuft jetzt auch wieder mit fahr das macht mich wahnsinnig hier erst erstmal davon dass die ebene dazu kleistern ähm 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 da ist er da drinnen 4 5 6 8 und 9 aber mal 9 6 mitnehmen davon es dürfte ab jetzt wieder das zucker gewachsen sein nach bin ich nicht gut weil ich das nur wieder wusste da vorne ist das zucker weil es uns fehlt weil es fehlen zwei hier ist auch noch eins drinnen fehlt auch noch eins das liegt da oben das habe ich schon entdeckt das ist immer wieder in den wolken